Herr Bruch, in welchem Zustand ist Europa? In einem Zustand, der von der wirtschaftlichen Stärke gut ist. Wir haben die Finanzkrise überwunden, wir haben Wachstum, wir haben weniger Staatsverschuldung als USA oder als Japan. Von dem, wo Herr Wunder, ist es hervorragend. In den letzten fünf Jahren sind 12 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Aber in der Innenstruktur ist es nicht so gut. Wir sind nicht gut genug aufgestellt, um die Herausforderungen der Zukunft zu beantworten, weil hier zu viel Uneinigkeit und zu wenig Mut bei Mitgliedsregierungen liegt. Jetzt verlassen Sie das Europäische Parlament in wenigen Tagen. Ist das die richtige Entscheidung gewesen, nicht mehr zu kandidieren, gerade in den Zeiten, in denen doch Europa vor sehr großen Herausforderungen steht? Wir sagen in Westfalen, alles hat ein Ende, nur die Wurst dazu. Und es ist richtig, ich werde in den nächsten Tagen 73 Jahre alt. Und dann ist mir schließlich doch die Erkenntnis gekommen, dass die Familie noch Anspruch auf etwas hat. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Heute gehöre ich für den Bundesvorstand, den ich gerade neu gewählt wurde, an dem ÖVP-Vorstand und Ähnlichem. Und deswegen werde ich schon versuchen, weiterhin Leute zu ärgern. Nach 40 Jahren im Parlament, wie hat Europa Sie geprägt? Natürlich hat es geprägt. Es ist ein Parlament gewesen, das damals neun Mitglieder vertrat, das nichts zu sagen hatte. Heute 28 Länder und fast alles zu sagen hat. Und diese Entwicklung ist natürlich auch für den Abgeordneten bedeutend gewesen, weil man natürlich seine Arbeitsweise vielleicht verändern müsste, dass man ein höheres Maß an Verantwortung entwickeln müsste. Damals kam es vielleicht nicht so ganz darauf an. Heute entscheidet man über Schicksale von Menschen und Ländern im Kollektiv des Parlaments. Und ich glaube, das bedeutet, dass man sich sehr ernsthafter mit Europa beschäftigen muss, auch als Abgeordneter, als es in der Vergangenheit der Fall war. Jetzt leidet Europa in erster Linie unter dem schlechten Image. Können Sie sich das erklären? Ja, wenn man über etwas nicht gut redet, dann glauben es auch die Leute, dass es nicht gut ist. Die Mitgliedstaaten verfahren ja nach dem Motto, wenn es Sonne scheint, waren es Berlin und Paris und wenn es regnet, war es Russisch. Und die Erfolgsgeschichte ist eigentlich erzählen. Ich hatte vorhin gesagt, 12 Millionen Arbeitsplätze in 5 Jahren. Das weiß doch niemand. Darüber redet niemand. Und das Punkt ist, dass in vielen Bereichen gleichkultifische parteipolitische Couleurregierungen haben, dass sie sich immer hinter Brüssel verstecken, wenn sie selbst scheitern. Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Rundblick machen in Europa, fangen wir mal mit Frankreich an. Macron ist als der große Messias gestartet und heute? Nun ist immer noch derjenige, der mit Ideen vorangeht. Der hat vieles davon nicht durchgesetzt, aber das ist nicht allein seine Schuld. Wie weit haben wir darauf reagiert? Wir haben drei, vier Jahre Koalitionsverhandlungen geführt. Und seitdem streiten wir uns darüber, was nicht geht. Wir müssen feststellen, dass in anderen Ländern noch größere Schwierigkeiten bestehen. Deswegen ist es notwendig und ich hoffe, dass in den letzten Tagen der Gipfel von Sibio endlich auch nicht zu allgemeinen Erklärungen führt, sondern zu konkreten Entscheidungen. In der Fortänderung der Wirtschafts- und Währungsunion. In der Frage der Terrorbekämpfung. In der Frage der Außengrenzschutz. Das ist doch ein kleiner Punkt, aber lächerlich. Es sind 10.000 neue Beamte gekommen, um den Außengrenzschutz zur Europäischen Union. 10.000 für allen 28 Ländern. Warum sind die dazu nicht in der Lage, das innerhalb von zwei Jahren zu machen? Warum brauchen die dafür zehn Jahre? Das sind doch die Dinge, die Leute aufrecht. Aber die deutsch-französische Aktie, funktioniert die noch? Hat der Motor noch Kraft? Ich glaube ja, das ist ja, manches ist ja eine Einigung da, wenn ich an die Mesenburg vereinbare Frauen zwischen Merkel und Macron, ich erinnere, die ist in Aachen geschlossen. Der Élysée-II-Vertrag bringt, glaube ich, sehr viel mehr an Verpflichtungen zur Zusammenarbeit. Sodass da mal dies passiert. Aber wir müssen sehen, dass Macron auch mit seiner Reform nur langsamer vorangekommen ist, wegen der inneren Situation mit den Gelbwesten. Wie gesagt, wir waren sehr spät dran, wegen der langen Koalitionsverhandlungen. Aber es ist nach wie vor richtig, was Deutschland und Frankreich wollen, klappt nicht alles. Aber nichts klappt ohne Deutschland und Frankreich. Deswegen haben diese beiden Länder weiterhin eine große Verantwortung für die Entwicklung Europas. Ein anderes europäisches Sorgenkind ist Viktor Orban. Das ist ein Freund von Ihnen, ein Weggefährte. Jetzt haben Sie sich doch ein Stück weit entzweit im Laufe der letzten Monate, im Laufe der letzten Jahre. Ist Orban innerhalb der EU noch tragbar? Also, er ist nicht in der EVP tragbar. Ungarn müssen wir in der Europäischen Union halten. 80 Prozent der Ungarn sind für Mitgliedschaft in der Europäischen Union, wie auch in Polen. Aber wir müssen sehen, dass dieser neue populistische, nationalistische Ansatz diesen Ländern nicht weiterhilft und uns nicht weiterhilft. Und diese fast religiösen Auffassungen von Orban in diesen Fragen sind unerträglich. Aber wir müssen sehen, dass beispielsweise in Polen die große Chance besteht, eine entsprechende Partei dort abzuwählen. Und das muss man letztlich auch in Richtung Ungarn hinbekommen. Oder Rumänien, wo wir auch ähnliche Fälle haben. Wir müssen immer deutlich machen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit und Medienfreiheit eine Bedingung für Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist. Und das muss auch weiterhin für Mitglieder gelten. Wie kann man jungen Menschen Europa schmackhaft machen? Ich glaube, in vielen Bereichen haben die jungen Menschen heute mehr Offenheit für Europa, die Erasmus-Generation, als dieses in der Vergangenheit der Fall war. Aber auch wenn ich in bestimmten Punkten über Urheberrecht und ähnlichem mit jungen Leuten streite, ist das ja nicht schlimm. Ich habe den Eindruck, dass die Europa sehr viel mehr als Chance begreifen, als das die junge Generation vor 20 Jahren getan hat. Da muss man sie gefördern, aber man muss auch deutlich machen, dass es nicht nur eine europäische Frage ist, sondern dass man auch lernen muss, als junge Mensch lernen muss, dass man nicht auf ein Thema setzen kann und das Thema ist alles andere. Man muss lernen, dass man eine Vielzahl von Zielen hat, die man in Verbindung setzen muss. Das ist Umweltschutz, das ist Soziales, das sind Arbeitsplätze, vieles andere mehr, dass man das in einer Einheit sieht und dafür Lösungen findet. Da ist man als junger Mensch vielleicht ein bisschen radikaler bei einem Thema, das sich dann besonders interessiert. Aber diese Verbindung zu sehen, ist außerordentlich wichtig, wenn eine Gemeinschaft, auch eine nationale Gemeinschaft, Bestand haben soll. Jetzt sind Sie ja politisch gesehen, und verzeihen Sie den Ausdruck, eine Rampensau gewesen. Juckt Ihnen das nicht in den Fingern jetzt? So viele Probleme, so viele Themen und Sie sind demnächst nur noch am heimischen Fernseher dabei? Das glaube ich nicht. Ich bin Mitglied des Bundesvorstands der CDU, gerade frisch gewählt. Ich werde das ein oder andere noch machen, bin auch FAB-Vorstandsmitglied. Ich muss jetzt nicht wegen jeder Kleinkram, jeder Arbeitsgruppe von Maut und Acht schon sein. Aber die Rampensau kann man nicht nur wieder davon sein. Was machen wir mit den Briten, Herr Brug? Wir können mit denen gar nichts machen. Die Briten müssen mit sich selbst was anfangen. Wir haben einen Vertrag ausgehandelt mit Großbritannien, einen Entscheidungsvertrag, der die Möglichkeit hat, enger Zusammenarbeit bietet, seit November 2018. Wir müssen sehen, dass Sie sich einig werden müssen, ob Sie das abschließen. Wir müssen nur warten. Und da sehen wir, dass das britische System ans Ende kommt, dass da auch völlige Handlungsunfähigkeit ist und dass das dazu führt, dass Sie sich nur zu negativen Entscheidungen raufraffen können, keinen konstruktiven gemeinsamen Beschluss zustande bringen. Und das ist traurig. Das ist Schaden für uns alle. Aber es wird ein dramatisch höherer Schaden für Großbritannien als uns. Sie werden, wenn es harten Brecht gibt, bis zu 10 Prozent Minus im Bruttoinlandsprodukt haben, wir Deutschen 0,5 Prozent. Aber es ist schwierig, den Leuten natürlich klarzumachen, dass auf der einen Seite die Briten raus wollen, auf der anderen Seite doch noch das Parlament mitwählen, Abgeordnete ins Parlament entsenden, die dann am Ende des Tages darüber entscheiden, dass Großbritannien wieder austritt. Nein, wir werden den Austrittsvertrag annehmen. Das wird auch mit den Briten so oder so keine Schwierigkeiten sein, den Vertrag anzunehmen. Aber ich finde es einfach nicht gut, dass die Briten jetzt über die Wahl der Kommission, des Kommissionspräsidenten noch nicht entscheiden können. Und ich hoffe, dass sie da ein Gentleman's Agreement hinnehmen, obwohl sie völliges Recht haben, als vollgültige Abwahrung abzustimmen, dass sie nicht versuchen, auf die Strukturen der Zukunft einfluss zu nehmen. Jetzt sind Sie seit vielen Jahren ein großer Freund der Amerikaner. Sie waren mit George Bush, dem Älteren, wirklich freundschaftlich verbunden. Es gibt die schöne Geschichte, dass er Ihnen die Cowboy-Schiefe geschenkt hat. Jetzt leidet aber auch das europäisch-amerikanische Verhältnis. Letztendlich unter Präsident Trump natürlich. Das müssen wir, das ist wie bei Ungarn, Polen und Rumänien gilt es auch gegen die USA. Man darf nie Volk mit Regierungen gleichsetzen. Ich finde die Politik von Präsident Trump aus verschiedenen Gründen außerordentlich unangenehm und schlecht und gefährlich. Aber die Amerikaner sind ein großartiges Volk. Das ist ein System der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, der Check and Balance. Der Trump kann nicht alles machen, was er will. Weil Richter ihm entgegentreten, weil eine Kammer des Parlaments ihm entgegentritt, dass Gouverneure ihm entgegentreten, sodass die Amerikaner hier auch in diesen schwierigen Zeiten mit diesem Präsidenten beweisen, dass diese Check and Balance eines rechtsstaatlichen Demokraties offensichtlich funktioniert. Jetzt treten Sie in diesem Jahr zur Wahl nicht mehr an, sind aber nach wie vor unterwegs und werben vor Europa. Heute hier den Tag in Reda-Wedenbrück, später in Bielefeld. Und was haben Sie für einen Eindruck auf der Straße? Ist den Leuten klar, dass das eine sogenannte Schicksalswahl sein kann? Wenn ich die hohe Zahl der Briefwahlstimmen sehe, die es jetzt schon gibt, muss ich sagen, dass wir eine hoffentlich höhere Wahlbeteiligung bekommen, was ein gutes Zeichen ist. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 14 Tagen gelingt, noch mehr Bundesländer zu schaffen, dass wir ein Europa haben müssen, ein Deutschland haben müssen, in dem nicht die ewig Gäste, die uns immer ins Umlöfe stützt, Nationalisten haben Deutschland immer ins Umlöfe beschlossen, dass wir denen entgegentreten können, um dieses Europa fortsetzen zu können, dass es in 70 Jahren Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Aber das auch in der Lage ist, die Herausforderung der Zukunft in Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Terror, äußere Sicherheit usw. zu bewerkstelligen. Und dafür brauchen wir mehr Europa in diesem konkreten Bereich, weil das kein Nationalschwahl mehr kann. Viele junge Menschen haben das gut begriffen, aber in der mittleren, älteren Klasse ist das noch nicht ganz so da. Und ich hoffe, dass das in den nächsten 14 Tagen noch stärker gelingt. Vielen Dank, Herr Bruch. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bruch.